Wie ist die Becken der Becken der Becken? Hat mich gefreut, meine Begleiter auch. Wir hatten einen wundervollen Tag. Und heute Abend seht ihr dann, wie ich die armen Becken verdreschen werde auf der Bühne. Aber es sieht nur so wild aus. Ist eigentlich ganz harmlos. Und wir haben beide Spaß dabei. 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 Wir haben beide Spaß dabei.